So, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Party. Zugabe! Schnauze! Zugabe! Zugabe! So, Zugabe! Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Pressefeier, ein gesundes 2011 und wir werden uns hier wiedersehen. Dankeschön! Ich bin jetzt freute Fan! Ja, Hochstaujahr, würde ich sagen, war auch von meinen Ladies. War wunderschön auch. Die Stimmung hat gekocht. und diese Fans kommen auch schon von dem ist ein Fairbetraut und ich wünsche all meinen Fans von unserem Channel alles Gute für 2011 viel Glück, liebe Zutaten wiederladen und es gibt ganz viel neues Material die ist ja vor uns, wir sind versprochen Riemen kurz Geil Gute Gute Gute